Hallo, hier geht es zum Schauspiel. Das ist ein Schauspielhaus. Was ist denn ein Schauspielhaus? Ein Schauspielhaus, das ist ein Haus, wo Leute spielen, meistens Kinder, zum Beispiel Mensch, agere dich nicht. Oder Monobulli. Schach, und da darf man dann zuschauen, während sie spielen, oder sie spielen mit Lego oder Playmobil. Und dann gibt es so Bänke, drumherum aufgestellt, da kann man sich hinsetzen und denen beim Spielen zuschauen. Schauspiel, also schaut beim Spielen zu. Das ist ein Schauspielhaus. Und ich gehe da nie rein, weil ich will selber spielen. Ich spiele lieber daheim Lego. Ja, und ich kann auch auf den Spielplatz gehen und da den Kindern beim Spielen zuschauen, wenn ich unbedingt zuschauen will, wie andere spielen. Da brauche ich nicht so ein protziges Schauspielhaus dazu. Ich bin eh lieber draußen beim Spielen, an der frischen Luft spielen, ist doch viel gesünder auch. Und dann gibt es ja überall Spielplätze, da kann man dann zuschauen, wie die Kinder und die Erwachsenen spielen. Man muss nicht ins Schauspielhaus gehen. Ja, also geht da nicht mehr rein. Nein.